Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Video, zu einem großen Update. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Morgen, also am 16. April, kommt ja das große Ikoria Update. Und ich habe euch schon mal vorweg alle wichtigen Infos zusammengetragen, damit ihr schön up-to-date seid. Ich würde auch sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Neben den neuen Ikoria Karten wird mit dem Update echt noch einiges passieren. Besonders erwähnenswert finde ich hier das große Draft Update, auf das vielleicht schon einige von euch gewartet haben. Die Ikoria Spieler Draft, sowohl im Best-of 1 als auch im Best-of 3 Modus, werden ebenfalls ab morgen, dem 16. April, verfügbar sein. Außerdem kriegen wir alle einen kostenlosen Ikoria Spieler Draft, egal ob ihr da Best-of 1 oder Best-of 3 spielen möchtet. Wir müssen uns nur bis Ende des Monats, bis zum 30. April einmal in Arena anmelden, um den kostenlosen Ikoria Spieler Draft zu erhalten. Ja, so einen kostenlosen Draft nehmen wir natürlich immer gerne mit, aber ihr habt es bestimmt auch schon rausgehört. Ab morgen wird es dann wirklich echte Spieler Drafts geben. Die Best-of-1 Drafts mit den Bots, die werden weiterhin verfügbar sein und wie bisher, alle zwei Wochen rotieren von der Edition her. Und alle anderen Drafts finden dann wirklich gegen echte Spieler statt. Diese Drafts werden wie Ligen funktionieren, ähnlich wie bei Magic Online. Das heißt, ihr werdet am Ende nach dem Draften zum Spielen gegen andere Spieler aus anderen Draft-Bots zugeordnet. Und ansonsten läuft das Ganze natürlich wie ein regulärer Draft ab. Auf jeden Fall ein schönes Update. Und hier noch neben ein paar optischen Spielfeld- bzw. Karten- und Fähigkeiten-Updates wird es dann natürlich auch wieder einige Nicht-Limited-Events geben. Die kostenlosen FNMs für daheim werden auch vorerst weitergeführt. Und außerdem sehen wir hier noch, dass wir demnächst mal das klassische Highlander-Format in Arena spielen können. Das ist ein 100-Karten-Singleton-Format. Das sehe ich als Commander-Fan natürlich sehr gerne. Und hoffe auch ein bisschen, dass wir demnächst mal das richtige, reguläre Commander-Format bei Arena spielen können. Ich meine, Brawl plus Highlander ist ja auch eigentlich wieder Commander. Würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Mal schauen, was da in Zukunft noch alles passiert. Und genau darüber werden wir jetzt noch weiterreden. Hier der Link zum eigentlichen Update und auch alle Infos findet ihr wie immer über die Videobeschreibung. Falls ihr euch da nochmal etwas genauer anschauen möchtet. Sowas wie den Draft-Terminkalender, da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Stattdessen schauen wir uns jetzt noch die kommenden Arena-Updates an. Bei den geplanten Updates passiert nämlich deutlich mehr, als ich erwartet habe. Ich war teilweise echt überrascht. Also mal schauen, was da in Zukunft noch alles passieren wird. Jetzt erstmal hier der 64-Bit-Client und der MacArena-Client. Die sind jetzt in der Entwicklung. Das hat mich jetzt natürlich nicht überrascht. Da warten wir nämlich schon recht lange drauf. Aber das sind auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten, dass da jetzt dran gearbeitet wird. Je mehr Leuten das Spiel zugänglich gemacht wird, desto besser ist das halt einfach. Und passend dazu ist jetzt auch ein plattformübergreifender Mobile-Client in der Konzeptphase. Also noch nicht in der Entwicklung. Aber damit habe ich halt wirklich nicht gerechnet. Auf einem Tablet kann ich mir Arena noch ganz gut vorstellen. Auf dem Handy wird das eventuell etwas knapp. Aber wie gesagt, je mehr Leuten das Spiel zugänglich gemacht wird, desto besser. Also richtig, richtig gut, dass das tatsächlich noch passieren wird. Vielleicht bekommen wir ja dann in der Zukunft wirklich Commander, Mehrspieler, Modi oder ähnliches. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und jetzt hier zum Abschluss noch ein paar Sätze zur aktuellen Historic-Planung. Erstmal kommt im Mai Historic Anthology 3. Hier sind zwar noch keine Karten bekannt, aber nach Anthology 1 und 2 werden hier wieder bestimmt einige gute Karten dabei sein. Und außerdem soll Amon Cat ein Set aus der früheren Arena-Beta-Phase vermutlich diesen Sommer wieder zurückkehren. Diese sogenannten Remaster-Editionen werden sich auch weiterhin auf das Pionier-Format konzentrieren und sollten demnach auch nicht älter als Return to Ravnica sein. Zwischen den Zeilen lese ich da, dass wir, wenn wir halt lange genug warten, irgendwann vielleicht das komplette Pionier-Format in Arena haben und das Historic dann noch einfach durch weitere Anthology-Sets erweitert wird. Sobald es da neue, konkrete Infos gibt, werde ich euch natürlich auch da informieren. Und ja, an der Stelle waren das eigentlich auch schon die wichtigsten Arena-Update-Infos. Ich muss sagen, wir müssen zwar teilweise ein bisschen länger auf die Updates warten, aber dafür sehen die Updates in letzter Zeit echt gut aus. Coole Sachen wurden angekündigt. Was sagt ihr denn dazu? Ihr dürft natürlich wie immer gerne einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Ansonsten denkt an den Daumen hoch, wäre super, super cool von euch. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag und natürlich einen guten Start in die neue Edition wünschen. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020